Thema dieses Films ist die Multiplikation von Brüchen. Aber warum sollte man überhaupt Brüche multiplizieren? Welchen Sinn hat es denn, etwa 5 Drittel mal 1,5 auszurechnen? Um das zu verstehen, machen wir heute Schokoladenmathematik oder kurz Schokomatik. Damit man sie besser teilen kann, ist eine Schokoladentafel normalerweise in kleinere Stücke unterteilt. Diese Tafel ist zum Beispiel 10 Stücke lang und 3 Stücke breit. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Musik 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 Musik